herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder mit meinem großen konto ich starte mit 2000 euro handle 60 sekunden bis zwei minuten als nächstes suche ich mir einen passenden trade im metatrader 5 nach meinen einstiegskriterien unter berücksichtigung der tagesnews heute haben wir viele sehr wichtige news da muss man sehr gut aufpassen so British Fund, US Dollar. Sieht ganz gut aus, ich steige hier ein und gleich nochmal, ich mache wie immer zwischen zwei und fünf Trades. Sieht ganz gut aus. Noch eine Minute, beide Trades sind im Gewinn. Jetzt sind sie deutlich im Gewinn. Sollte nichts mehr anbrennen. Perfekt. Beide Trades deutlich gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.